Und weiter geht's wieder bei Far Cry 3, nach der Hauptstory erneut. Ah, hier ist der Skistand. Oh, in die Mitte. War das die Mitte? Ich weiß es nicht. So ist der... Kann ich von hier oben angreifen? Das wär so geil. Ja. Nice. Ich kann von hier oben alles überblicken. Vorsichtig, 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 super. So, in die Hocke. So, da haben wir zwei Vollidioten, da haben wir einen Vollidiot, da haben wir... Was ist das denn? Oh, zwei Tierchen. Auf mich zu erkennen. Boah, das war knapp. Das ist das Böde, ich komm da unten nicht an den Alarm. Ich mein gut, scheiß auf den Alarm, den könnte ich auch mit einer Granate niederlegen. Hab ich einer? Ja. Hier fahren nicht viele Autos vorbei. So, die Tierchen sind frei. Alarm ausgeschaltet. So, das ist der Alarm ausgeschaltet. So, das ist der Alarm ausgeschaltet. So, das ist der Alarm ausgeschaltet. Oh, sterb hier nicht. So, Spritzerin. Nein, du fährst nicht weg. So, die haben hier so einfache Angriffspunkte irgendwie. Mir kommt das total leicht vor, da unten. Sollen jetzt auf dem Runterweg nicht sterben. Das wäre unglaublich uncool. So, geschafft. So, hier ist nix, da ist nix. Woop. Hä, wo ist die fucking Tür? Wo ist die verschissene Tür? Ah, da vorne. Ah. So, wieder Munition holen. Weiter geht's. So, nächster Außenposten ist da. Da können wir auch gleich den nächsten Funkturm wieder uns holen. Aber diesmal fahr ich. Nein, nicht querfällt ein. Ist ne scheiß Idee. Da, 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 da. Ah, hier ist diese Tankstelle. Oder was auch immer das darstellen sollte. Oh, Felsen. Yeah, professional gameplay. Wie gesagt, die richtigen Let's Plays, die kommen eigentlich erst wieder ab September, August. Denn, äh, ab da kommen halt die neuen Spiele. Weil wegen E3 und Gamescom natürlich. Daher lohnt es sich, lohnt es sich für mich jetzt nicht noch was anzufangen. Ah, guck mal, wo wir sind. Wo ich den Abgang vermasselt habe. Das war auch geil. Irgendwo hier schießen auch welche irgendwie leben. So, da unten. Ah, so weit unten. Boah, hier so ein Flächenbrand. Geil. Müsste man mal ausreizen mit dem, äh, Flammenwerfer einfach mal amok laufen. Da oben ist der Funkturm. Warum so weit oben? Kann der nicht so weit unten sein? Kann ich vielleicht von hier schon mit dem Scharfschütze was machen? Nein. Haben wir hier irgendwo einen Angriffspunkt? Ja, da. Da ist so ein Scharfschützen-Dingens. Wirklich stark kann man die auch nicht angreifen. Fuck. Und wo kann ich die dann angreifen? Ich gehe mal auf die andere Seite. Da ist nämlich ein Berg. Da war gerade ein Rucklach. Hm. Und tschüss. Dieser Kampf war von kurzer Dauer. Würde ich mal sagen. Wer hat mich denn da jetzt erkannt? Ah, wunderbar. Das ist so scheiße mit dem Alarm, wisst du das? Ich meine, ich könnte jetzt auch runterschleichen, den erledigen. Und das Haus und den Alarm ganz gechillt ausmachen einfach. Aber ich habe dazu keine Lust. Mann. Das Haus und den Alarm ganz gechillt ausmachen. Mann. Kacke. Natürlich, ich kann alle nacheinander erschießen, das kann ich machen. Jetzt haben sie mich, oi, au, o, 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 Richtig jetzt. Genau der gleiche Fehler. So, hier ist verbranntes Gras. Da ist er unten. So, ein bisschen Hund. So, da haben wir einen weiteren Scharfschütze. Aha. Oh. 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 So, jetzt ist gerade keiner im Lager. Bis auf die Zrennung. Sorry. Ah, gut. Hä? Ich hab doch den... Egal. Das war schon etwas haariger. Ach, wie geil. Also diese Flächenbrände sind schon geil. So, Leute. Und haltet das hier ja safe. Keine Ahnung, wie lange die Folge schon geht. Die Außenposten sehen irgendwie mittlerweile immer gleich aus. Kann das sein? Eine Memory-Card. So. Äh... Funkturm? Dope. Ich nehme mal das gute Stück hier. Okay. Okay. hier ist ein Krater. Hm. Hm. Hier ist ein Krater. Hm. keine ahnung wie ich den einen erledigt habe aber mir egal so eins und zwei ach schau mal wer der fährt ich gehe mal weiter hoch weiter hoch hier muss man nicht viel klettern ich bin hier oben ich bin hier oben digger also ich war hier oben moment so jetzt sind mal die riesen knarre da raus aus dem bild und dann können wir weitermachen vorsichtig ein doggy bag don ist der nächste posten wisst ihr was weiter lustig war so dann schießt man mal ihr leben ich sollte mein leben klettern hä wo zur hölle soll ich hin ah hierhin die sollten wir hier oben gleiter stationieren das wäre auch noch ganz so die letzten die letzte stunde habe ich nichts gemacht außer funktürme aktivieren irgendwie und natürlich auch so ein posten einnehmen wo eine ruine so gespeichert hat er wo geht es denn als nächstes hin darunter aber ja blick freund seilrutsche danke kann man auch wieder wunderbar snipe wenn man in super snipe hat geile location jetzt schon da wildhunde sind wir gerade egal bitte sagt mir doch nur ein alarm na gut zwei aber die sind zu erreichen lecker tiger haben wir da auch von außen irgendwie nichts nichts nein gut das waren natürlich nicht lange noch lange nicht alle aber fest steht ach krass so jetzt können wir wunderbar snipe an hier geht es mal das auch ausgelöscht wir warten noch mal kurz der tiger ist down alarm ist nicht mehr da will ich ja besser mit dem ding hier kann ich den von hier erwischen wer weniger tja auch kein alarm war oh da habe ich ihn erwischt so und wieder ein außenposten für mich ich oh nicht sterben das wäre jetzt natürlich extremst uncool wieder lauf 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 so so nichts nichts medikit und danke danke so na mal rauf ich komme nicht raus jetzt so folgen cut und dann geht es heute hier zum küstenblick auch das ist die 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 so die 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 die